hey leute und willkommen zurück zu let's play wo w mit unseren hordejäger gasdruckfeder spinnt ein bisschen ich bin gerade runtergerutscht herzlich willkommen zurück zu let's play wo w mit unseren hordejäger so was wollten wir denn hier machen ungetüme töten ok glaubt er meinte die großen mit erst mal auf der kämpft gegen den da ist ein schatz den wo wir uns mal kommen wir hier so ihr seht es wir sind immer noch in einer aufnahmesession das heißt ich nehme gerade mehrere folgen wir ein stück auf euch heute mal frei habe heute mittag ein bisschen zeit da können wir das mal machen sagt ich bin außer reichweite wo sind jetzt los jetzt haben wir die kunst der flote gerade aus näher heran die nase ganz schön ich habe kein ziel war wurde kiste sehr schön kriegsressourcen kommen immer geworden dass die ungetüme wir können auch mal so ein bild machen jetzt müssen wir das mal töten sagt ist getötet dich da hinten noch das ist zu weit entfernt ach die müssen wir auch noch retten ganz vergessen ich hätte nur die beinahe da ist schon mal einer den wir retten müssen was wir ja machen könnten schon lange nicht mehr also meine einer instanz anmelden ich weiß ja gar nicht mehr wie lange das dauert wir melden uns einfach mal an und sonst gibt es mal wieder eine längere folge ist doch auch ganz okay so sage ich war auch ein ziel aber sehr schön haben wir gerettet so was haben wir denn hier haben wir so ein bisschen was zum einsammeln ist das wo ist das so ich denn die einsamen die blümchen so und dann lassen wir den da hinten retten für aschara kämpft ja schon wieder noch so ein hai warum wusste ich dass ihr für kündigen aschara kräft die hat sich mit einem alten gott eingelassen oder gott näher doch ein götter alter gott diesen riesigen fisch unten dieser riesige krak oder was auch immer das war dazu unter kontrolle gebracht mal gucken was da auch noch muss zuerst etwas anvisieren inventar ist voll inventar ist voll bitte müssen wir mal in der nächsten folge was inventar leer machen so dann hätten wir dich noch da ist noch ein ungetüm beim springen springen haben sehr schön auf morgen und ich mache auch noch platt und wo sollen wir dich retten und ich dich sommer retten ok so haben wir ich habe kein ziel jetzt hier drin ja also das ist der befreit das ist gut dann können wir auf monten die aufgaben da hinten abgeben das ist denn hier sternen mäßig das ist doch gar nix gucken wir mal versuchen wir zu öffnen ok diese fähigkeit ist noch nicht bereit na dann machen wir dich fertig das kriegen wir ja wohl hin zack zack na ist doch ein bisschen widerspensier dann müssen wir doch mal na wir machen auch noch nicht den übermäßigen schaden ne das kommt aber irgendwann noch so durchschnittliche wartezeit zehn minuten das geht wirklich war schon mal früh bei 40 minuten wartezeit aber da kriegen wir ihn auf jeden fall ich muss das lassen immer dauert zu klicken ja zack zack so 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 das haben wir auch das haben wir auch ich brauche ein ziel erledigt jetzt können wir nochmal öffnen glaube ich ich kann nicht mehr tragen beim allein von schaden kommen wir mal mit und das auf weg dass man auf monten und dann gehen wir die aufgaben ab ein flugpunkt das ist sehr schön das ist ja unser mann der stunde was haben wir denn hier das ist 20 das war nur zehn s punkte das und dann lassen wir das mit wo ist das sind wo ist das da muss ich gleich mal durch instanz dann gehen wir mal mit rein abgelehnt schon 80 prozent ihr könnt noch viel höher gehen wo ist denn eure gier was gibt es nicht wer nicht wagt der nicht gewinnt jünger jünger ihr müsst echt mal mehr wetten wie goblins ein so kommen wir rein in instanz jawohl die kenne ich noch gar nicht die kenne ich noch gar wer ist die denn mit der macht der gezeiten perle die allianz darf diese trophäe nicht bekommen wer uns trotzt wird fallen und jetzt lasst die jagd beginnen wollen wir mal ich muss zuerst etwas anvisieren ja und ich weiß gar nicht wo wir hier sind gucken wir mal die karte an der schrein des storms ok ich habe kein ziel ich muss dazu sagen ich war in dieser instanz noch nie aber ihr habt sie eigentlich auch gesehen habt ihr gesehen wie ich komplett gelevelt habe und das ist glaube ich auch eine level 120 instanz gucken wir mal ich muss näher heran schließen wir auch ein bisschen drauf die werfen mit ankern nach uns die hunde ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ein bisschen was einsammeln ob jemand hier mir folgt naja schleicht nach guckn naja schleicht aber so klar ist man hier der pult aber so klar ist man hier der pult ist klar ist man hier der pult ist klar ist man hier der pult jetzt ist glaube ich ein bisschen viel jetzt kommen noch mehr ich habe kein ziel gut da bin ich tot ich rufe mein tier erst lieber wenn wir da unten sind ist glaube ich besser ich brauche ein tier wollen wir mal von hinten ein bisschen schießen muss zuerst etwas anvisieren ich habe keine heilung inventar ist voll ja das ist alles klar jetzt diesmal jeden links den richtigen weg ich brauche ein ziel ich kann nicht mehr tragen sagt auch damit die ja sammler ist attacke wir müssen den großen als erstes killen der ist echt hartnäckig der große ne der ist echt hartnäckig ich habe kein ziel das ist zu weit entfernt ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren das ist eigentlich der erste boss irgendwo da unten die jetzt noch mal erledigen ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich habe ein ziel Okay. Zack. Mach raus die Rechen. Anker noch und das wollen wir ja nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Na, da war ich ein Stückchen zu langsam leider. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das wird eine extrem lange Folge. Machen wir mal so ein Special-Spezial. Zack. Zack. Ich habe kein Ziel. Sehr schön. Zack. Schmierungsschutz rein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. So. Goldluten. 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 So. Das muss der erste Bus, glaube ich, sein, oder? Wagt es nicht, diesen heiligen Ort mit eurer Anwesenheit zu schänden. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Erhebt euch und löscht dieser Eindringlinge aus. Oh. Ich kann das noch nicht tun. Egal. Wir schlafen. Mist. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. ein Ziel. Sehr schön. Ich kann nicht mehr tragen. Aber unsere Ware heute ist in den Schrein geflüchtet. ein bisschen Schmierungsschutz rein. Was ist der Taucher eigentlich? Schamane. Okay. Okay. Das wusste ich gar nicht. Oh, der sieht auch geil aus mit der Rüstung. Sehr kromm. Sehr schön. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Brauchst du mal ein Ziel? Da sind genug Ziele. Ich habe kein Ziel. Ja. Das geht ab in die Ruine. Ah, diese Fliegen. So. Jetzt wollen wir mal Gas geben. Hier haben wir heute auch noch bisschen was anderes vor. Gegen elf wollte ich noch mit Jürgen ein bisschen aufnehmen. Muss man mal gucken. Ob auf um elf da ist. und diesmal auch probieren den ton richtig einzustellen hoffe ich ich brauche ein ziel dass man ihn auch richtig gut hört ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel mensch ist es auch hier so war ich habe kein ziel unser heiler ist tot inventar ist voll schamane kann doch eigentlich wiederholen ja vielleicht doch oder ist das schon dabei ich kann nicht mehr tragen ich kann nicht mehr tragen muss man mal sagen sie wegschmeißen können wischen noch mal weiter in der nächsten folge muss ich echt alles mal leer machen ich brauche ein ziel so und ich kann hier auch sehr schön ich muss zuerst etwas anvisieren also ich mag die ist mythisch plus muss die echt ätzend sein willkommen ein dringlinge gerade rechtzeitig um zeugen wahrer macht zu werden wahre macht oder nicht ihr seid unsere nächste beute ich habe ein ziel ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren das ist ja trünnige menschen hier sind ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ich gehe mal lieber näher an bevor ich hier auch ein ziel die flut wird euch hier was wieder gepultert weil das ein hinterher gelaufen ist da wenn die sich ein lebenspool weiß ich nicht die winde stärken uns stets den rücken meine planken sind undurchdänglich die winde stärken uns stets den rücken ich muss zuerst etwas anvisieren hier sieht sehr schön inventar ist voll wir müssen mal wieder irgendwas wegschmeißen das anziehen sehr schön von der gs 286 sind wir echt nur sehr weit entfernt von gut und böse ich brauche ein ziel ich habe hier eine fliege ich weiß gar nicht wo diese fliege herkommt ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich brauche ein ziel sehr schön haben wir ich brauche ein ziel war ich habe kein ziel das ist ja ich muss zuerst etwas an wie sie ja das wissen wir doch so aber sehr schön und weiter geht's die ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel ich kann nicht mehr tragen ja ich weiß dass ich mir tragen kann wie viel gold habe ich eigentlich 155.000 ich habe kein ziel wollte was das denn ich muss zuerst etwas anvisieren so sieht sehr schön ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren inventar ist voll gehört auch nur in den tals voll ist nicht wie sie ja ich muss was anvisieren komische ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel ich habe kein ziel sehr schön alles besiegt ich fliege dich ich flippe gleich aus das ist da hinten ein post das königin achara ich brauche ein ziel ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich kann nicht mehr tragen die flotte von kultiras gehört bald euch meine königin mir scheint ihr habt gäste lord sturm san eindringlinger ich versenke eure leichen in den schwarzen tiefen wo sie auf ewig gemattert werden fließt frieden mit eurer kann dieses ziel nicht am leben endet hier kopf hängt schon bald an meiner wand wenn wir ihn noch mal sehen lord sturm sagen kein problem vorgen ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 kämpfen die schon wieder statt mal zu warten Oh, sind wir wieder? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Die Perle ist nicht hier, vielleicht war Ascharas Lakai schlauer als es schien. Die Fährte führt dort hinunter, in diesen übel riechenden Pfuhl. Haltet eure Sinne geschärft, etwas Unsichtbares lauert auf uns. Doch noch nicht der Endboss. Oh, ich dachte wir sind jetzt schon durch. Da hinten kommt noch einer. Oh man. Hier noch durchschwimmen. Die Dunkelheit wurzelt. Die Pestilenz wandert. Der Durchgang ist offen. Es hat uns in seine Höhle geführt. Macht euch bereit. Diese Bestie wird keine leichte Beute sein. Ich brauche ein Ziel. So. Ich kann nicht mehr tragen. Na, ist klar. So. Wollen wir jetzt auch mal fertig werden. Zack. Haben wir. Sehr schön. So. Haben wir. Das ist echt. Bei der Instanz war echt lange. Ich habe kein Ziel. nochmal hier. Ist okay. Wie ist der nochmal? Der Schrein des Sturms. Ich brauche ein Ziel. Inventar ist voll. Ich lauere in eurer Lunge. was. Was. In dem tiefen Sturm das Blut. ich bin außer reichweite kammer ich habe kein ziel hier bei 70 prozent, absorbieren, absorbieren jetzt kommen wir wieder ja 30 18 5 ich musste erst etwas angesehen ich musste erst etwas angesehen ich habe nur die Instanz abgeschlossen ich kann nichts mehr fragen Inventar ist treu mischt euch in meine Angelegenheiten ein denkt ihr, ihr könnt meinem Willen trotzen? es ist das Gesetz der Wildnis die Starken nehmen von den Schwachen genießt euren Sieg es wird euer letzter sein wir haben die Perle mit ihr werden unsere Schiffe zu Raubtieren also dann Zeit uns unsere Trophäe zu nehmen genau ich kann nicht mehr tragen so Leute wie ihr gesehen habt wir haben die Instanz abgeschlossen hat lange gedauert ich danke euch fürs Zuschauen wir sehen uns nächste Woche wieder oder zur nächsten Folge ich weiß es gerade gar nicht ganz genau welcher es ist falls es euch gefallen hat lasst mir bitte Kommentare da Feedback oder ein Abo wäre auch mal schön ich danke euch fürs Zuschauen auf Wiedersehen und tschüss tschüss